Oh, also gegen die Wand, nicht gegen. Ja, Digga, er fährt genauso gegen die Wand wie ich vorhin auch und er explodiert natürlich nicht, Digga. Hey, unser Mate, 1, 2, 3, du bist so schlecht, ich hab schon wieder verkackt. Ja, damit einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen weiteren Folge von GTA Online, wieder auf dem Megas Games, Megagameserver. Den ist es, guten Tag. Moin. Ähm, nee, was ich gerade noch sagen wollte, ich hatte den auch mal mit Bluetooth probiert und hatte auch nur Probleme. Dann hatte ich den Stick geholt und dann, seitdem läuft's. Also die 20-Goal-Rody empfehle ich dir dann doch noch mal auszuheben. Mittendrin, jetzt geht gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Spiel neu starten muss, keine Ahnung. Ja. Aber ich spiel nicht wieder mit Tastatur, das ist scheiße, das mach ich nicht. Ja, dann... Ich hatte kurz das Spiel neu. Dann muss ich halt kurz ne Runde zugucken. Jetzt wird der Akku auf einmal auch richtig schlecht, ey. Okay. Ja gut, Freunde, dann... Das ist halt, wenn du Microsoft-Tast hast. Funktioniert nicht. Na, wie gesagt, ich hab keine Probleme mit dem Ding. Sofern du nicht, äh, wie gesagt, den Stick nutzt. Oder schließt auch ein Kabel kurz an einfach dann. Ja, mach ich jetzt auch, aber... Kabel geht sowieso oder so immer. Ja gut, dann müssen wir die Runde erstmal alleine zockern. Ja. Schade. Ich liebe Technik. Hättest du es mal vorher gesagt, damit ich den Modus nicht gestartet habe. Ja, ich wusste es ja nicht, dass es nicht geht. Ja gut, klar. Aber manchmal ist es auch einfach das Spiel, was dann ein bisschen rumspackt, so halt. Durch das hier wieder klein machen. Ist auch... Gerät ist einnachsbereit. Also es ist schön für das Gerät. Oh, Digga, was machst du hier gerade? Oh, da war ein soliden Kill geholt, aber... Aber es ist eh Cube und Cube ist bei mir immer verbuggt. Wir kennen das. Deswegen macht es nichts, wenn der Modus bei mir ausfällt. Oh Gott. Ich hab mal den Tyrant probiert. Und der macht bisher gar keine so schlechte Figürchen, würde ich mal sagen. Ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert mit dem... Gab das Kabel hier dran? Oh, mein Digga, was... What the fuck? Alter, sind doch... Ist doch noch voll wenige da, irgendwie. Futter walk. Futter walk. Futter walk. Du. Du. Mir ist warm. Mir ist warm. Mir ist warm. Ich hoffe, ich komme noch rein in Game Mode 1. Ah, Digga. Es ruckelt. Ist halt ein Scheiß, Modus. Cube ist eh verbuggt. Nein. Bitte funktioniert. Bitte funktioniert. Ja, Digga. Keine Chance, Mann. Das ist doch scheiße. Du kannst doch nichts machen, Alter, wenn du vorne bist. Nichts. Yes. Er funktioniert wieder. Ahn, Alter. Ja, wir sind ziemlich weit gekommen. Die Runde ging auch flott. Das ist eigentlich ganz geil. Ich kann nicht mehr in Game Mode 1. Ist voll oder was? Ist voll. Ja, geh in die Queue und dann kommst du schon rein. Das geht immer relativ flott. Jetzt werden safe, werde ich verlassen nach der Runde. Wie komme ich hier wieder raus? Bin jetzt in einem anderen drin. Aha, musst du... Musst du jetzt komplett verlassen, nein. Man muss doch irgendwie auch wieder zurückkommen. Über das Interaktionsmenü könntest du verlassen. Über was für ein Menü? Interaktionsmenü. Select-Taste. Und dann? Und dann? Return to Hub. Ja, ja. Alter. 92 Spieler sind gerade. Hier wird durchgehend... Hier wird hier drauf gecampt. Was? You have been placed in a... To join game... Game Mode 1. Ja, ja. Oh, es geht eigentlich relativ flott immer. Oh, war das bisschen... Muss ich den Blitsch... Blitschir mehr zulassen? Mit Crud? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du da nicht drin bist, dann sagt er dir nur Bescheid. Wenn du frei bist und wenn du nicht schnell genug bist, dann... Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Bin erster in der... Ah, dann muss ja... Ein-Player-Crud to join game Mode 1. Ja, dann muss ja nur ein... So, dieser... Ich kack... Scheiß... Bumms-Controller... Und grün holst am Ende dann doch. Wenn du nicht einfach werden musstest. Ah, wir sind reingestiegen mit einem soliden Kill. Naja, kann man nichts gegen sagen. Da heißt einfach jemand Dennis. Oh, Switching-Server. Okay, dann kommst du... Match in progress. Ah, schade, du kommst nicht mehr zu dieser Runde rein. Ich bin Spectator, Alter. Was bist du? Alter, dein Schnauze. Ich bin Spectator. Ja. Du bist halt kurz danach erst reingekommen, nach dem Start der Runde. Das ist egal. Q-PC verloren. Ah, es sind eh drei Runden, ne? Eine Runde kriegst du ja trotzdem noch zusammen. Q-PC, vergesse ich. Ah, Bruder, Alter. Ja, boom. Ja, boom. Ah ja. So, da geht er wieder rein. Bruder. Bruder. Nee, Digga, es ist doch ein Scherz. Digga, der Typ, ich hasse das, wenn die Typen immer direkt verkacken nachdem sein. Es ist doch eine Unverschämtheit. Digga, es sind halt jetzt auch nur noch vier Leute übrig, Digga. Was wird denn hier bitte dreimal grün gegen einmal gelb, Digga? Komm, gelb, du kriegst es hin. Oh, jawohl. Ui, aber das wird nicht reichen, oder? Oh, doch. Kurzsache, einer gegen zwei nur noch. Er hat eine Chance. Eins, zwei, drei, los, go. Ah. Ah, jetzt zieht sich natürlich wieder eine Weile. Oh Gott. Äh, jetzt muss er sich richten. Jawohl. Boah, ja, die Runden, die ziehen sich jetzt natürlich wieder so ein bisschen rein. Oh, nee, das war's. Und grün gewinnt. So, der Dennis kommt auch mal dazu. Ja. Bist du dran? Bin da. Bin da. Hä? Doch, doch. Hallo, du. Bin da. Hier. Ich seh dich nicht. Ach, du bist der Gelbe da. Bist du auch gelb? Nee, blau. Ah, nö. Achso, ja gut, klar. Du bist nicht in meiner... Ich bin ja nachgejoint. Bruder, hä? Bruder. Digga, mit dem 8.11, Alter. Ja, 8.11! Ja! Oh Gott. Oh Gott, kommst du noch hoch? Ah! Ciao! Okay, Digga, ein Scheißdreck. Nee, Digga, lass doch mal sein. Nein, der grün. Grün! Ah! Ah! Er holt nicht raus! Was denn Drecksdraue, Digga. Er holt nicht weg. Digga, es ist ein Scherz, heute. Heute ist ein Scherz, Alter. Nein, ich hopse, ich hopse, ich bin raus. Ich hopse, Digga. Du bist ein Physis-Cupid-Stabellner zum Mordestand-Skip-Bad. Ich raste richtig aus. Dann ist noch einmal Cubed hier. Junge, dann ist der Server-Aber-Breck vor meinem Pidde hier. Dann ist er nicht mehr normal, ey. Meine Frisse. Ey, heute ist echt ein Witz, Mann. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Ich find's auch witzig. Gleich im Rennmodus wird hier rissen, du. Ich sag's dir ganz ehrlich. Im Rennmodus wird hier rissen. Nächste Folge, Freunde. Scherz, der ist einfach Scherz. Ah, er hopse auch, weil er ein Kack-Auto hat, Mann. Das ist ein Tesserakt. Jetzt hau ihn weg. Der Tesserakt ist eigentlich okay. Digga, er ist auf dem Dach und rutscht einfach von selber hoch, Digga. Was ist das denn? Hey, Chaos. Wenn er das jetzt noch darüber schafft, ne, okay, er hat verkackt. Naja. Aldi, Aldo, Magalem. Ich meine, naja. Ja, wieder nicht gelb, Digga. Der Blau rutscht auch raus. Wunderbar. Das entscheidet sich mal wieder zwischen Grün. Und es ist wieder dieser Scher dabei, Digga. Kopp-Stott. Sein Resetat. War Kopp-Stott nicht auch schon auf dem Ivernay-Server dabei? Ja, den kenne ich doch. Kopp-Stott, ja, der war auch da schon. Der war damals schon auf dem anderen dabei. Mega. Aber da gab es Cube noch nicht. Doch. Der Ivernay-Server hatte Cube. Echt? Mhm. Der Ivernay. Das hieß dann aber nicht Cube. Das hieß dann irgendwie... Würfel. Ja, weiß ich gar nicht. Das ist Cube. Das war halt nicht dieser Cube, der so aussah. Das war dieser Cube, der sah so anders aus. Der hatte diese, diese farbigen, der hatte diese transparenten Flächen. Weiß das gar nicht mehr. Oh, Kopp-Stott. Ja, jetzt muss er doch nur hochfahren. Ja, muss er jetzt nur hochfahren. Was hat den so gedreht, dass er hochkommt? Nee, schafft er nicht mehr. Digga, als ob Kopp schon noch da hochfahren kann. Ja, Digga, schafft er nicht. Aber er gewinnt trotzdem. GG und weiter geht's mit dem nächsten Modus. Einer Stimme hätte es entschieden. Ja, sehr gut. Weiter geht's. Du bist so ein... Ey, weil du nicht Open Wheel nimmst. Digga, sonst beschwerst du dich immer bei mir, wenn ich Open Wheel nehme. Und jetzt beschwerst du dich. Ey, der verkackt mir alles nach der ersten Runde. Ich glaube, ich nehme den Panzer... Ich nehme den Hauler Custom hier. Der hat ja mehr getrapt. Ja, Speed Emolition Derby mit den Trucks. Da wird ja wunderbar. Dann gehen die Runden wenigstens schnell vorbei, weil man nicht so schnell wird. Hey, Kopp, du kannst sein... Man haut sich hier gegenseitig weg. Der ist wohl so schlimm, Alter. Immerhin sind es Teams geworden. Die sterben ja, wie die fliegen jetzt hier alle. Hat mal lange nicht mehr. Das ist aber wieder okay. Wenn man eine entspannte Runde hier ist. Das ist echt krass. Ach, du Scheiße, Digga. Ja, der war direkt... Hä? Oh, nee, Digga. Dieses Ding auf dem Kopf, Alter. Habe ich ganz vergessen. Digga, hinter mir ist einfach zwei explodiert, Alter. Wie schnell fährt dieses Ding überhaupt? 150. Auch nicht unbedingt so geil, ne? Nein, Scherz. Der Gigawix sagt... Jawohl. Oh, Digga. Oh, Digga. Cool, bin raus. Speed hatte. Hauptsache, Membas ist explodiert und danach hat er noch den Kill für dich bekommen. Warte, Fakt, Digga. Ast, Digga. Ich habe ihn rausgehauen, deswegen ist er explodiert. Pff, lol. Und ich habe es nicht geschafft, weil ich nicht genug Speed bekommen habe. Und er kriegt einen Kill dafür, Digga. Hä? Wollt ihr mich verarschen im Spiel? Ich habe mich irgendwie raus, bitte. Okay. Barsaka. Was für eine Map, Mann. Ja, was ist das? Ja, die Map mit den Trucks, das ist schon... Aber es ist gut, aber es dauert nicht so lange. Wie schnell war ich denn? Ich war 183. Digga. Mein schnellstes war 194. Hey, was ist das? War der Langsamste irgendwie. Du bist halt geil im Vergleich zum Ivernay-Server. Beim Ivernay-Server war die Map halt so offen, dass du eigentlich fast nicht verkacken konntest. Und hier kannst du auch durch deine eigenen Missgeschicke verkerken. Oh, nicht unbedingt geil, aber... Warum fahren die denn auch alle gegen? Bremst doch... Ey, ihr seid so eine... Idioten, Mann. Oh. Also gegen die Wand. Nicht gegen. Ja, Digga, er fährt genauso gegen die Wand wie ich vorhin auch. Und er explodiert natürlich nicht, Digga. Hey, unser Mate. Eins, zwei, drei. Du bist so schlecht. Ich hab schon wieder verkackt. Ja, geil. Weil er so dumm ist, anstatt zu bremsen und langsamer zu werden. Und diesen Aussortierer einfach so... Also... Es war ja 30 kmh noch, die Grenze. Und... Du hast ja der eigene Mate, der dich rausgehauen hat, mal wieder. Ja. Na ja, gut. Das Problem ist, der Truck, der beschleunigt halt nicht. Also wenn du einmal den Speed verloren hast, sagst du tschüss. Aber guck mal, selbst so, ne? Es leben jetzt nur noch vier. Ja, wir sind schon wieder raus, Digga. Warum sind wir eigentlich nur Loops, Alter? Ja, Digga. Was soll ich machen, wenn ein eigener Mate mich dann dahinter ist, weil er so dumm ist? Digga. Man muss echt nicht lange leben, um zu gewinnen. Das ist doch nicht wahr. Ich... Und sortiert mich fast jedes Mal aus. Vielleicht die Stelle hier ist auch böse mit dem... Hm. Bisschen nebenbei. Hier, guck, hier kannst du doch langsamer werden noch, weil es ist doch nur 30 kmh. Dann musst du doch gar nicht gegen drin. Oh, nee, Digga. Jetzt habe ich die Blauen aufholen lassen. Oh, nee. Jetzt hat er mich... Digga, was macht denn unser Team schon wieder? Die hauen sich alle gegenseitig weg. Na gut, cool. Jetzt habe ich 1, 2, 3 rausgehauen und jetzt bin ich mitten in der Blauen Suppe. Jawohl. Wunderbar. Bootet aus, 1, 2, 3. Du hast richtig die Team-Kill bekommen. Ja, klar. Das ist scheiße. Ey, was? Was? Ey, Digga, dein Ernst? Was? Dieser Modus, Alter. Dieser Modus. Digga, jetzt bin ich hier auf 200 unterwegs. Was ist das, Digga? Sie können einfach, sie können nicht. Ich kriege nicht mal den Kill für ihn. Schon ist... Das muss er doch jetzt werden, hier. Wir hauen uns gegenseitig raus. Was steht im Chat? Er killt mich, jemand anders tötet ihn. Hä? Ja, geil. Ich muss uns gegenseitig rausgehauen. Digga, hä? Ich verstehe es nicht. Wie dumm. Was ist das heute? Der Surfer ist absolut verbuggt heute. Oh, jawohl. Wir können es schaffen jetzt. Oh Gott. Das ist jetzt... Ja, du, du musst deinen Rhythmus beibehalten. Du machst das ganz gut. Der andere battelt sich mit dem anderen. Komm, wir sind nur noch drei Leute. Es muss nur noch ein blauer, muss da drauf gehen. Nur noch der Typ muss drauf gehen. Sonst dann aber gewonnen. Komm, den Sieg will ich jetzt holen. Ja, unser Mate ist gegen ihn gefahren. Das hat aber nichts gebracht. Der ist immer noch auf dem Speed. Ja, Digga. Ich bin aber auch auf dem Speed. Ich fahre 200. Er ist gegen den Auster-Tierer gefahren. Ja, easy. Er ist gegen den Auster-Tierer gefahren. Wenn der Mate jetzt dreht... Nein. Mate, du musst ihn drehen. Nicht anschieben. Junge, ich bin 1 kmh vor 180. Ja. Egal, als ob er noch lebt, Digga. Ich kann den Speed nicht gehen. Jetzt... Nee, er gewinnt sogar. Digga. Und ich habe es sogar noch kurzzeitig geschafft, zurückzusetzen den Scheiß. Ja, soll ich sagen, warum? Weil unser Teammate ihn geschoben hat. Nee, Digga. Also... Er hat ihn nicht gedreht, er hat ihn geschoben. Er ist immer hinten rein, sodass er immer Speed bekommen hat. Und dadurch hat er es immer geschafft, in dem grünen Bereich zu bleiben. Ja, ich habe alles getan. Was ich tun musste... Mach keinen Druck. Nö, mach keinen Druck. Da sind wir aber im letzten Modus. Oh, scheiße, er zu Fuß, Alter. Bäh. Ja, da haben wir auch alle für zu Fuß gestimmt. Digga. Okay. Dann Ripp, ja. Er hat gar keinen Bock eigentlich, aber... Stabil. Ey, diese Kameraansicht. Okay, hier komme ich vorbei. Ja, die Autos fliegen schon wieder so unberechenbar. Digga, ich habe doch nichts mit mir. Ja, 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 jawoll. Wie viele das auch sind, ne? Kann man sich eigentlich wegdrehen? Nee, kann man nicht. Oh Gott, das sind so viele. Ach, das sind so viele Menschen. Ich sehe nicht, wie die Autos fliegen. Also, die verändern dadurch halt auch ganz schnell die Richtung. Autos da vorne. Das waren so viele. Ach, du Scheiße. Ja, weil da noch die Speeds sind, Digga. Ja, jetzt ist es gleich vorbei, Digga. Ja, Digga. Oh mein Gott, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ja! Scheiße, hier ist der Speed, Digga. Du kannst es manchmal nicht verhindern. Nee! Nee! Tut nicht! Digga. Oh mein Gott. Ich bin immer noch unterwegs. Komm schon, ich kann der Erste sein. Nee, tut nicht! Digga, wie weit oben die noch auf die Straße kommen. Ich schaff's. Oder? Du bist durch. Bin ich Erste? Ja, du bist durch. Yeah! Ich hab's eiskalt, Digga. Zweiter Versuch. Oh, Digga. Ich bin den Scheiß los, Alter. Jawoll! Da ist er. Bin ich der Erste? Yes! Ich bin der Erste. Ey! Klotzen wir doch mal. Die Karre ist nicht mal bei mir aufgetauchen, Alter. Sie ist. Hä? Ich bin gestorben! Ich bin da runtergesprungen und bin gestorben. Hm, ja. Beim direkten Auto oder so. Nee! Er ist einfach auf die Straße aufgeklatscht mit dem Gesicht. Lol. Und dadurch gestorben. Tom. Boah, okay. Ja, Bodi. So, drei Leute haben es mittlerweile. Ja, ja. Sie fliegen unberechenbar. Sie fliegen unberechenbar. Oh mein Gott. Hä? Close. Bei mir hat sich das Auto sowas von weggekegelt. Ja, es ist halt ein bisschen verbuggt. Manchmal. Ich muss irgendwie an Rad... Ja! Da fliegt wieder irgendein Auto gegen und dann kriegt er so ein Speed, der Wagen. Ja, klar. Ja, ich werde ja so weggekehrt werden jetzt. Ja, nee. Dieser Modus, Mann. Das ist so. Die Kamera ist einfach auch so schlecht. Ja, jetzt kann ich es ja schon gar nicht mehr schaffen zeitlich. Ja. Ja, Bodi. Ist klar. Ihr wollt mich doch jetzt. Ja, schade. Wird nichts mehr. Jetzt hättest du das schaffen können. Ja, Digga. In dem Moment, wo ich es sage, kommt wieder so ein Auto von ganz rechts nach links rüber. Digga, es haben nur vier Leute geschafft. Krass. Und bei Bandito schaffen es halt immer so fast alle. Ja, weil du da halt... Weil die Lenkung halt direkter ist, weil es schneller ist. Ja. So, Freunde, wir gehen raus. Das war es nämlich mit dieser Folge von GTA Online. Und in der nächsten Folge sind wir dann wieder in meinen Rennmodus unterwegs. Und da wollen wir wieder Siege holen. Das ist mal ganz klar. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin ja auch. Und... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017